Machen wir doch rein, damit es nicht schlimm ist. Wo liegt die jetzt? Fand ich schon irgendwie gegen einen Kaffel. Du weißt schon? Ja. Ich bin nicht krank. Mach ohne. Mach ohne. Komm, mach ohne. Doch, du bist so cool. Mach ohne. Das ist Pettigstar. Kenneth, ich hätte jetzt analisiert. Mach. Pettigstar findet sich toll. Ach, stimmt. Voll rein. Wirklich schlimm. Wirklich. Ja, und ich bin verarscht. Mach doch einfach. Mach doch einfach. Mach einfach. Oh Mann. Komm, ist das nicht schlimm? Schlafen. 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 Es versch Falsche Ich habe gerne mal Quappel. Ich habe ihn von gut auf in der folded Reine. Gibt es mir Milch oder so? Nein, doch nicht. Erst wenn du auch gegessen hast. Ich will keine Milch mehr. Hau mal ab, ey. Ich fange mir auf den Kopf. Ja, ich fange mir zu. Ja, ich fange mir zu. Ja, ich fange mir zu. Ich fange mir zu. Na, aufnahm was? Willst du mal beißen? Na. Taut ab. Ist am schnitzigsten. Na, aufnahm was du? Wie geil ist das? Na, was musst du essen? Na, was ist denn? Na, ich kann mir die ganze Essen essen. Mach auf. Das ist cool, da kommt noch was vorles. Geh! Guck! Guck!